Na? Hi. Was machst du? Nix, schön. Was hast du am Handy gerade gemacht? Ach, Snapchat. Du hast so gelacht. Snapchat. Ja, aber du hast so viel getippt, da passt es immer rein. Ja, ich habe mein Farmbüll geerntet. Meine Karotten waren bei Farmbüll fertig. Da muss man doch auch nicht so viel tippen, was du wirklich tun. Ich habe dein Testator gesehen. Ich habe bei Instagram noch kurz was gesucht, weil ich gucken wollte, ob Justin Bieber ein neues Bild hochgeladen hat. Hä? Justin Bieber ist doch eh in deinem Stream. Das siehst du doch sowieso. Ja, aber ich hatte ihn gerade nicht gesehen. Dann habe ich halt seinen Namen eingegeben. Jetzt nervt mich doch nicht, du Spast. Etten nicht. Zum Glück hast du meinen Pin nicht. Ich gehe mal kurz kacken. Viel Spaß. Danke. Von wegen Farmbüll. Von wegen Snapchat. Die lügt mich nur an. Oh, dann schreibt sie auch mit meinem Freund. Was werde ich da so heimzahlen? Hier, erst mal Penny's Bippein zu geposten. Ah, das gestern vom Aufwachen. Dem fetten, fetten Pickel. Schau mal, was ich für neue Schuhe habe. Die sind doch richtig geil, oder? Ich habe mir gerade so heute gekauft. Auf Gott, sind die Assi. So richtig Ghetto. Was hast du gegen diesen Volk-Polise von Nike? Hallo? Das halten wir nur den Namen. Schau mal deine Socken an. Hä? Goldi? Oh doch. Oh Gott, jetzt sind wir da reinkommen. Oh scheiße. Wer hat die Blumenweise? Hä? Das war Sarah. Hä? Welche Blume? Ich habe hier noch nie eine Blumenweise gesehen. Das war ich nicht. Natürlich. Mama. Ich habe sie gesehen. Ich habe sie gesehen. Ich habe es genau gesehen, wie sie die runtergeschubst hat. Ich war es nicht. Mama. Aber ich, ich. Ich weiß nicht. Ich habe die noch nie gesehen. Goldi, komm mal. Mach dich mal fertig. Was ist denn los? Ich mache mich schon fertig, bis du gleich fertig. Aber wir wollen shoppen gehen, ne? Ja. Ja, gerne. Bleibst du so, oder? Ja. Ich zähl weiß, schwarz an. Und du? Okay, cool. Ich schau mal, was ich so habe. Okay. Ich mache so einen Seitenzopf. Okay. Ich bin hier fertig. Ja. So. Von mir aus können gehen wir los. Hä? Was denn? Yvonne? Yvonne? Was? Yvonne, gibst du mir bitte die 4,23 Euro, die ich dir letzte Woche gesehen habe? Willst du mich verarschen? Ich habe dir gesagt, ich leise dir eigentlich noch... 4 Euro noch was. Das war ein Geschenk. Wo gehst du eigentlich hin? Du siehst aus wie eine Porno-Bitch. Hallo? Ich gehe jetzt feiern mit meinen Freunden. Wohin? In den Club. Ja, besser als du. Gehst du in die Oper heute schon wieder, oder was? Ich habe was ganz normales, Anna. Du siehst aus wie ein Ghetto-Kind aus Neukölln. Was? Das ist 2015. Hallo? H&M und so. Mach, was du willst. Sonderschule, Hauptschule. Ich werde studieren. Ja. Ökologie. Ich esse jetzt meinen Gurkensalat fertig und dann gehe ich viel Spaß mit deinem Veganschnitzel. Tschüss.